Xinsao, der Seneschall von Demacia Gerüchten zufolge hat Xinsao noch nie eine Auseinandersetzung Mann gegen Mann verloren und sein Leben ist ein einziger, mühseliger Kampf. Einige seiner frühesten Erinnerungen drehen sich um die Viscero, ein ionisches Fischerboot vor der Küste von Räikon, auf dem er gearbeitet hat. Er war ein pflichtbewusster Schiffsjunge, der alle Aufträge seiner Vorgesetzten erfüllte, vom Schrubben des Decks bis hin zum Reparieren verhedderter Netze und ein friedliches Leben führte, bis sie eines Tages zutiefst in fremde Gewässer vordrangen. Zwei Freibeuterschiffe aus Noxus jagten das kleinere Schiff. Ihr Kommandant berief sich auf den Ruhm des Imperiums, als er ihr Boot enterte und erklärte die Viscero und ihre Besatzung zu seinem rechtmäßigen Eigentum. Die meisten waren ältere Fischer, die nicht für den Militärdienst taugten, doch ungeachtet dessen brachte man sie auf noxianisches Gebiet. Nachdem Xinsau eine ungemütliche Reise über das offene Meer durchgestanden hatte, fand er sich in einem seltsamen neuen Land wieder. Dort gab es weder zarte Schönheit im Wasser noch Magie in den Bäumen. Imposante Tore und befestigte Steinmauern, wie er sie noch nie gesehen hatte, säumten die Straßen und auf jedem verfügbaren Zentimeter Raum drängten sich Menschen. Er erfuhr, dass es sich um die Hauptstadt von Noxus handelte und dass ein Mann, der als Darkwill bekannt war, von hier aus das gewaltige Imperium regierte. Xinsau war vom Rest der Besatzung der Viscero getrennt und hatte keine Möglichkeit nach Hause zurückzukehren, also begab er sich in die Dienste des Mannes, der ihn gefangen genommen hatte. Sein Geschick mit dem Speer blieb nicht unbemerkt und bald versprach man ihm ein besseres Leben, mit Mahlzeiten, die auf Tellern serviert wurden, im Austausch für sein kämpferisches Können. Noxus würdigte Kraft und sein Gönner schien ihn für einen starken Kämpfer zu halten. Da er nichts zu verlieren hatte, nahm er das Angebot an. Er legte seine zerlumpte Kleidung im Austausch für primitive Rüstung ab und betrat die Arenen der Vergeltung. Dies war wahrlich eine seltsame Form der Unterhaltung. Mächtige Krieger, die noch mächtigere Titel trugen, bekämpften sich vor tobenden Zuschauermengen, die ebenso oft nach Geschicklichkeit und publikumswirksamen Manövern schrien wie nach Blut. Xinsau nahm den Namen Viscero an und wurde auf Anhieb zu einem vollen Erfolg. Seine Kämpfe füllten bald die Ränge in allen Arenen und die Taschen seiner Auftraggeber. Innerhalb weniger Jahre wurde Viscero zum gefeierten Namen. Die Zuschauer vergötterten ihn und andere Kämpfer fürchteten ihn. Aber dieses Glück war nicht von Dauer. Abseits der Ablenkungen durch die Wettbewerbe der Vergeltter sah sich das Imperium schweren Zeiten gegenüber. Feindliche Nationen rückten auf ihre Territorien vor und provozierten Aufstände entlang der noxianischen Grenze. Es gab Gerüchte, dass Darkwill und seine Berater ein Vermögen in Gold geboten hatten, damit Söldner, Gefangene und Vergelter aus ihren privaten Verträgen entlassen und in die Kriegswehr des Imperiums überstellt werden konnten. Xinsau und seine Mitstreiter wurden mit kaum mehr als einem Händedruck freigekauft und auf ein Transportschiff verladen, das nach Westen segelte. Hier in der Küstenfestung Calstad zählten Name und Ruf auch der bekanntesten Vergelter nur wenig. Sie wurden in eine Schlacht gegen Elite-Soldaten von König Jarvan III. aus Demacia geworfen, der entschlossen war, den noxianischen Einfluss auf Valorant zu unterbinden. Und Xinsau lernte schnell, dass Krieg nur sehr wenig mit Arena-Duellen gemein hatte. Viele der früheren Vergelter desertierten angesichts der unvermeidlichen Niederlage, doch Xinsau hielt die Stellung und befleckte sein Speer mit dem Blut hunderter Gegner. Als die furchtlose Vorhut des Königs ihn schließlich umzingelt hatte, einige von ihnen waren insgeheim beeindruckt von seinen Fähigkeiten, weigerte er sich immer noch aufzugeben. Erhobenen Hauptes stand Xinsau dort und erwartete seine Hinrichtung. Jarvan hatte allerdings andere Vorstellungen. Im Gegensatz zu den Massern in den Arenen bereitete sinnloses Töten dem König von Demacia kein Vergnügen. Er gewährte den besiegten Noxianern ihre Freiheit, wenn sie schworen, Kalstad friedlich zu verlassen. Überrascht von dieser erwiesenen Gnade, dachte Xinsau darüber nach, was ihn in Noxus erwartete. Er hatte die Wahl, zu einer Gesellschaft zurückkehren, in der sein Leben nur wenig mehr als das Gold bedeutete, das er für seine Auftraggeber einspielte. Oder er konnte für diejenigen kämpfen, die die Tugenden verkörperten, nach denen er strebte. Er fühlte sich der Ehre verpflichtet, kniete vor Jarvan III. und verschrieb sich dem Dienst des Königs. In den darauffolgenden Jahrzehnten stellte Xinsau seine Loyalität immer wieder unter Beweis. Als Sehneschall des königlichen Haushalts übernahm er die Rollen der Leibwache und des Ratgebers sowohl für seinen Freund und Herrn als auch für den Sohn des Königs, den jungen Prinz Jarvan, der eines Tages die Krone erben würde. Xinsaus Weg, Demacianer zu werden, war durchaus ungewöhnlich, doch seine Ergebenheit im Königreich und dessen Idealen gegenüber blieb stets ungebrochen. Er begründete das damit, dass er nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus freien Stücken handelt. Seiner größten Prüfung sah er sich allerdings gegenüber, als ein Magieraufstand die Hauptstadt bedrohte. Xinsau stand bereit, seinen Lehnsherrn zu verteidigen, als der berüchtigte Silas aus Gelichtergraben die große Stadt ins Chaos stürzte, doch der König befahl ihm, sich auf eine äußerst wichtige persönliche Mission zu begeben. Schweren Herzens fügte sich Xinsau. Welch folgenreichen Fehler er damit beging, wurde ihm erst bewusst, als er die Glocken des Palasts läuten hörte. Bis der Sehneschall sich zu ihm durchgeschlagen hatte, war König Jarvan III. bereits tot. Xinsau dachte, sein Leben wäre verwirkt, doch stattdessen erinnerte Prinz Jarvan ihn an das Versprechen, das er einst gegeben hatte und gestattete ihm, weiterhin dem Königreich zu dienen. Denn Demacia braucht seinen Sehneschall jetzt mehr denn je. Der Thron ist unbesetzt, da die anderen Adelshäuser fürchten, der Prinz könnte seiner Aufgabe zu herrschen noch nicht gewachsen sein. Xinsau teilt diese Bedenken nicht. Er ist Jarvan treu ergeben und fest entschlossen, ihn in den bevorstehenden gefährlichen Tagen zu begleiten. Xinsau teilt diese Bedenken nicht.